Er kommt in deinem Herzen, wenn er in deinem Leben reinkommt, alles, praktisch alles, dein Geist, deine Seele, dein Körper auch, alles, was du bist, alles, was du hast, alles, was du jemals haben wirst und alles, was du jemals sein wirst, wird verändert. Jesus kommt nirgendwo hin, ohne eine Veränderung zu bewirken. Die Bibel sagt, von Anfang an, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gottes selbst. Es war von Anfang an bei Gott, alles wurde durch das Wort erschaffen, und nichts von dem, was erschaffen wurde, wurde ohne das Wort erschaffen. Im Wort war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das ist, was interessant ist. Das Licht leuchtet in die Dunkelheit, und die Dunkelheit haben das Licht nicht verstanden. Und die Bibel sagt, dass Jesus ist das Licht der Welt. Wenn er leuchtet, wenn du zu Hause läufst, die erste Sache, was du tust, wenn du rein spazierst in der Wohnung, ist, das Licht anzumachen. Und plötzlich verschwindet die Dunkelheit. Wenn Jesus reinkommt, die Dunkelheit verschwindet. Wenn Jesus reinkommt, die Dunkelheit verschwindet. Wir beten, dass an diesem Wochenende, dass du es erlaubst, dass das Licht, dass Jesus, der König, dass er in deinem Herzen kommt, dass er in deinem Leben rein spaziert. Du wirst niemals verstehen, bis es geschieht. Amen. Wir werden eine Bibelstelle lesen. Wir hätten gerne das, Andreas, und wer dies auf Französisch. Okay, in einer Sprache. Wir lesen auf Deutsch. Wir lesen aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 11 bis 24. Steig ein, steig auf. Lukas 15, 11 bis 24. Bitte, wenn du keine Bibel hast, bitte, hör zu, während sie vorlesen. Ich lese Lukas 15, Verse 11 bis 24. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Many things are going to be said this weekend. Wir werden einiges heute Abend sagen. You will hear about spiritual excellence you will hear about spiritual excellence academic excellence you will hear about children and many other things but the center of our very existence is God is God state God stay focused also bleib konzentriert because at the end there is eternal life there is eternity in view because after this life there is another life after this life there is another life there is eternity you may believe it or not but after this life there is another life the Bible says a man had two sons the passage we have read a man had two sons many of us here are young a man young boys at home with two different attitudes one day the younger one stood up papa i am tired of you papa i am tired of being under your roof papa i am tired of my elder brother who keeps telling me i am your elder brother papa i want to go and leave alone i am tired of living under your house i am tired of you telling me every day i am tired of you telling me who my friend should be i am tired of you telling me who my friend should be papa i am at the age where i need to make my own decisions i am tired of you telling me which school to go what subject to do you want me to become a medical doctor i don't i don't want i am tired of you telling me which school to go i don't want i am tired of your rules and regulations i am tired of coming to you every day to ask for pocket money i am tired of coming to you every day to ask for pocket money papa have you not heard the latest mobile phone you don't want i asked you to buy for me you told me that it's too expensive i am tired of being in my room i am tired of being in my room i am watching television and you come and tell me that it is late in the night papa i am tired papa i am tired you telling me what program to watch what program to watch what program to watch papa i am tired Papa, es ist genug. I'm tired of you asking my friends each time they come here, what do you do in life? Ich habe es satz, dass du meine Freundin immer befragt, wenn sie mich besuchen, was tust du im Leben? Papa, you keep embarrassing me before my friends. Papa, du bist peinlich für mich vor meinen Freundin. Du bist mir peinlich. And that is how many of us are. Und so sind es viele von uns heute. That's what we say to God. Das ist, was wir auch zu Gott sagen. Oh God. Oh God. I don't want you to control my life. Ich will nicht, dass du mein Leben kontrollierst. I don't want you to tell me what to do. Ich will nicht, dass du mir vorschreibst, was ich tun sollte. I don't want you to tell me where to go. Ich will nicht, dass du mir vorschreibst, wo ich hingehen sollte. I don't want you to talk to me about my girlfriend. Ich will nicht, dass du dich einmisch mit meiner Freundin. Ich will nicht, dass du dich einmisch in meiner Betriebe mit meinem Freund. Für uns, die verheiratet sind. I don't want you to talk to me about my marriage. Ja, ich will nicht, dass du dich einmisch in meiner Ehe. Ich will nicht, ich will nicht, dass du dich an mich Ich will nicht, dass du dich an mich Nein, 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 nein Heute ich erkläre meine Unabhängigkeit Ich möchte das Haus verlassen Das Problem war nicht das Zuhause Das Problem für ihn war sein Vater Das Problem war nicht das Haus Das Problem war sein Vater Papa Give mein Anteil an der Erbe Und dann fragst du dich dein Vater hat sein Leben lang gearbeitet Er hat sein Geschäft aufgebaut Und dann schau auf eines Tages und sagst Mein Anteil, meine Erbe Listen Hör zu Du fragst nach deinem Anteil Wenn du ein Anteil Eigner bist Wenn du Shareholder bist Hör zu Siehst du Papa hat nicht rum argumentiert He did not say my son Sit down Der Vater hat nicht gesagt Sohn, setz dich Let us reason together Lass uns miteinander argumentieren Nein Nein He did not Nein He did not Hat er nicht He did not Hat er nicht Am nächsten Tag Am nächsten Tag Der Mann ging Der Mann ging zu seinem Bankkonto Zu seiner Bank Hör zu Du verlangst nicht Nach deiner Erbe Während dein Vater noch am Leben ist Man redet nicht über Erbe Wenn die Person Sie diese Erbe Aufgebaut hat Doch am Leben ist A man's will Does not come into force Until he is dead Das Testament An des Mannes Will nicht aufgemacht Bis die Person Gestorben ist Papa Papa Whether you are alive or dead I want my share of the property today Leben oder Tod Ob du am Leben bist Oder gestorben bist Spielt keine Rolle für mich Ich will mein Anteil an der Erbe Heute The Arroganz The Arroganz The Pride The Stolz Das Hochmut The Determination To be Independent The Entschluss Unabhängig zu sein The average human being The durchschnittliche Mensch Wants to be Independent Möchte unabhängig sein I'm sure when you were coming here today Being invited I'm sure when you were coming here today Bevor du hier gekommen bist You were wondering What's going to happen What are they going to say Was wird gesagt Was wird passieren Let me just go and watch Okay Ich gehe einfach mal Und Ich gucke einfach mal Also Du dachtest vielleicht Wie Patrick Na gut Diese Leute Die Kirchengänge Sind Okay Ich sollte vielleicht Gehen und gucken Welche Blödsinn Die Kirchengänge Erzählen Hör zu Wir danken Gott Wir danken Gott Dass du trotzdem gekommen bist Wir danken Gott Dass du in that vehicle Until you got to this place Und wir danken dem Herrn Dass du in diesem Auto Oder im Zug geblieben bist Bis du hierher Und gekommen bist Damit du auf uns zuhörst In Jesu Namen Die Unabhängigkeit Des jungen Mannes Die Unabhängigkeit Des jungen Mädels Die Unabhängigkeit Die Unabhängigkeit Die Unabhängigkeit Die Unabhängigkeit Von Gott Gegenüber Die Unabhängigkeit Von human authority Unabhängigkeit Gegenüber Die menschliche Autorität Die desire To be alone Die Wunsch Die desire To live alone Die Wunsch Sein eigenes Leben Zu bestimmen Allein zu leben Weil du meinst, dass du erwachsen bist. Du glaubst, dass du jetzt ein starker Mann bist. Du glaubst, dass du ein gewachsenes Mädchen bist. Nein, lass uns zusammenfassen. Die Bibel sagt, der Mann gab ihm seine eigene Schein. Er hat seine Inheritance geschehen. Und die Bibel sagt, der Sohn hat es geholt. Hört zu, was die Bibel sagt. Nicht lange danach, der jünger Sohn hat alles zusammengezogen. Er hat sich für ein distant Land und er hat seine Welt geschehen. Vers 13. Nicht lange danach, Vers 13, packte der jünger Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verleuchtete er sein Vermögen mit ausweisfremdem Leben. Die Bibel sagt, er packte alles, was er hatte. Er wollte nichts übrig lassen, was ihn an der Wohnung, an das Zuhause erinnern sollte. Er wollte nichts übrig lassen, etwas, was eine Versuchung fürs Zuhause bringen sollte. Er hat entschieden, er würde sich von seinem Vater trennen. Die Bibel sagt nichts über die Mutter, ob sie noch am Leben war oder nicht. Aber die Bibel spricht über den älteren Bruder. Also der junge Mann hat entschieden, sich von dem älteren Bruder auch zu trennen. Er hat sich entschieden, sich von dem älteren Bruder auch zu trennen. Und um das alles zu setzen, er hat sich entschieden, sich von dem Zuhause zu trennen. Das Zuhause war kein Ort der Schutz mehr. Es war kein Ort der Geborgenheit mehr. Home war kein Ort mehr ein Ort, wo er zurückgekommen hat und er fand Freude, Satisfaction und Liebe. Das Zuhause war kein Ort mehr, wo er zurückkehren würde, um Freude zu finden und, ja, Zufriedenheit. Ein Zuhause, wo er alles hatte, was er brauchte. Sein Problem war nicht, dass er irgendwelche Bedürfnisse hatte, die nicht bedeckt waren. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte alles. Er hatte alles, was er brauchte. Sie hatten Zina zu Hause, zur Verfügung. Er konnte sich hinlegen auf dem Bett und an Zina sagen, bitte bring mir den Fernbediener. Er konnte sagen, er konnte den Koch sagen, also von den vielen Sinnen hatten sie wahrscheinlich einen Koch zu Hause, ein paar Böttler, Leute, die Wäsche gemacht haben. The only thing that he could do at home was to eat and sleep because everything else was being done for him. So what was his problem? Was war denn sein Problem? Listen. Hör zu. The problem was not external. Das Problem war nicht äußerlich. The problem was his heart. Das Problem war sein Herz. There was a problem with his heart. Er hatte ein Herzproblem. God's problem with you. Das Problem Gottes mit dir. God's demand for you. Das Verlangen Gottes oder die Erwartung Gottes dir gegenüber. What if God is asking from you today? Was verlangen Gott von dir heute? It's your heart. Das ist dein Herz. In the book of Proverbs. In the book of Proverbs. The Lord says. The Lord says. My son. Mein Sohn. My daughter. Meine Tochter. Give me your heart. Give me your heart. That's what God wants from you today. Yeah, that's what God von dir verlangt heute. Your heart. Dein Herz. This young man's problem was his heart. Das Problem, dieses junge Mann war, sein Herz. Es war nicht der Vater. It was not his mother. Nicht die Mutter war das Problem. Oder der Bruder. It was not his brother. Das war nicht ein Böttler zu Hause. It was a heart that wanted independence. Sein Problem war ein Herz, der Unabhängigkeit haben wollte. It was a heart that did not want to stay under the father's authority. Es war ein Herz, das unter der Autotheke des Vaters nicht bleiben wollte. Die Bibel sagt, er packte alles, was der Vater gesagt hat, und ging in ein fernes Land. Er wollte nicht zum Nachbarnland gehen. Weil der Papa sonst ab und zu gekommen wäre, um zu gucken, wie es ihm geht. Papa hätte vielleicht dem älteren Bruder gesagt, auch wenn er die Wohnung verlassen hat, bitte, geh mal und guck, wie es ihm geht. Jeder Kilometer hat ihn ein Stück ferner von zu Hause gebracht. Jeder Kilometer hat ihn ein Stück weit von zu Hause gebracht. Jeder Kilometer weiter, ferner von seinem Vater. Es war freiwillig. Er wollte das so haben. Die Trennung von Gott ist freiwillig. Es ist bewusst. Und für jede Sünde, die ein Mann begeht, ist wie ein Kilometer weg von Gott. der sich ferner von Gott bringt. Als meine Frau und ich auf dem Weg zum Flughafen waren heute Morgen, ich habe entschieden, dass wir im Taxi fahren würden. Auf dem Weg zum Flughafen, haben wir entschieden, das Evangelium einem Taxifahrer zu verkünden. Er hat mir die Frage gestellt. Es sieht aus, als ob du es wissen willst. Bitte, erklär mir die Unterschiede zwischen Christentum und Katholikismus. Also du scheinst es zu wissen. Okay, erklär mir mal, was ist der Unterschied zwischen Christentum und Katholikismus? Wenn du eine Frage hörst, musst du dem Herrn erst mal danken, für die Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden. Die Trennung von Gott entsteht ganz bewusst. Die Bibel sagt, er ging fort und hat alles verprallt, verschwendet, was er empfangen hatte, durch ein zügeloses Leben. Wir sind alle jung hier. Du weißt, was wildes Leben ist? Wildes Leben. Okay, du weißt, was wildes Leben ist. Es ist ein zügeloses Leben. Du weißt, wenn ein junger Mann Geld hat, wenn er Euros in der Tasche hat, wenn du das tun, Euros, er berührt so, wenn du das tun, Euros, 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 wenn du in die Bar oder in den Nachtclub in den Disco spazierst, du willst, dass du das hast. Und du hast nur grüne Scheine überall. Du möchtest einfach mal zeigen, was du hast. Du möchtest alle Frauen im Disco beendrücken. Du möchtest alle anderen Männer im Disco beendrücken. Du möchtest alle anderen Männer im Disco beendrücken. You know, at some point, when you have drunk and you get drunk, you drink and you get drunk, at that point, Barman! Everyone, a bottle of beer on my car. Okay, du weißt, wenn du im Disco spazierst und du trinkst, du trinkst, du trinkst, wenn du richtig getrunken hast und betrunken bist, was sagst du? Du sagst, Barman, ein Glas, wie sagt man das? Runde, eine runde Bier für alle Disco-Besuche. Give everyone what they want. Give allen, was sie wollen. Ich zahle. I will pay. Ich zahle. Money speaks. Ja, Geld spricht. Money speaks. Geld spricht. Und Euro spricht very loud. Und das Euro hat eine sehr laute Sprache. eine sehr laute Stimme. Und auf dem Weg nach Hause. You see, when women see money, they lose their senses. Wenn Frauen Geld sehen, sie verlieren, sie werden unsinnig. So, if he takes one home, many will follow. Er weiß, wenn er eine zum Hotel bringt oder nach Hause nimmt, werden viele Arbeiten hinter ihn laufen. You see, am I exaggerating? Bin ich dabei zu betreiben? The Bible says, in wild living. Die Bible sagt, in diesem wildes Leben, wildes Leben beinhaltet wilde Musik. It includes women. It includes Drunkenness. Betrunkenheit ist drin. It includes drugs. Drogen sind drin. It includes bad friends and bad company. Genau. Und schlechte Freundschaften, schlechte Begegnungen, sind drin. Wildes Leben includes careless expenditure. Wildes Leben beinhaltet Geldverschwendung. It is a life of independence at a very, very high level. Es ist ein Leben der Unabhängigkeit, das vorgeschritten ist. That was a life he lived. Und das war das Leben, das er geführt hat. And that's what many of us want. Und das ist was, wonach viele von uns hier trakten. As soon as we start working, sobald wir anfangen zu arbeiten, ein bisschen Geld zu verdienen, and we earn a bit of money. Wir verdienen ein bisschen Geld. We want to buy what we like. Ja, wir verlieren den Sinn. Wir wollen verkaufen alles, was wir wollen. We want to do what we like. Wir wollen tun, was wir wollen. We want to spend as we like. Wir wollen so ausgeben, wie wir uns wünschen. I work for my money. Ich habe doch für dieses Geld gearbeitet, immerhin. If his father told him the same thing, wenn der Vater die gleiche Sache gesagt hätte, if the father decided to live like him, would he have something to come and say, Papa, give my own share of the property. Was wäre, wenn der Vater das gleiche Leben geführt hätte? Was wäre, wenn der Vater alles verschwendet, alles verprallt hätte? Hätte er an Erben, nachdem er traken würde? Nein. Spending without control. Ausgeben ohne ohne Grenze. Spending without thinking without thinking about tomorrow. Ausgeben ohne an morgen zu denken. I wish we had more time so that we would study the life of this young man. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Zeit haben, um das Leben dieses jungen Mannes zu studieren. Hört zu. Die Bibel sagt, danach hat er alles ausgegeben, was er hatte. Dann begann er zu soffern. und er fing an zu leiden. Also er ist in Not gefallen. Hört zu, liebe Geschwister. Die Bibel sagt, in Romans 6, Vers 23, dass die Wäge der Sünde der Sünde der Wäge der Sünde Sie, die Bibel nennt das Wäge. Wäge ist Salary. Siehst du, die Bibel nennt das Lohn. Lohn ist das, was du verdienst. Salary ist das, was du payst nach der Person hat worked. Ja, der Verdienst ist, womit du eine Person bezahlst nach der Arbeit. Jede Mensch hört zu, jeder Mensch auf der Erde ist ein Angestellter in der Industrie called the Sin Industrie. In der Fabrik, in der Firma namens Sündefabrik. Satan ist der Vorstandsvorsitzende, ist der Eigentümer dieser Fabrik. Und der Boss ist Prinzipalities and Powers. und die Abteilungsleiter sind die Mächte und Kräfte in die unsichtbare Welt. Es gibt einen Lohn wenn du auf dem Weg der Sünde wandelst. Und du sehen, lass uns sehr klar sein, wir wollen deutlich sein, Satan zahlt seine Arbeit Angestellte jeden Monat und eventuell bis zum Tod. Wir lassen es sehr klar machen, dass Gott auch bezahlt denjenigen, die für ihn betrifft. Wir wollen auch verdeutlichen, dass Gott alle Menschen, die für ihn arbeitet, auch belohnt. Die Bibel sagt, so er ging nach 15, 14, nachdem er alles alles in diesem Land begann, er in need. Nachdem er alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an Mangel zu leiden. Die von euch, die Jesus als Lord und Savior empfangen haben, let Vers 14 teach each one of us a lesson. It says, after the young man had spent everything he had, there was a famine in the country, came an gewaltiger Hungersnot über jenes Land. Then he began to be in need. So fing er an in Not, in Mangel zu leiden. What is the relationship between famine and need and expenditure? which is between hunger and Ausgabe? The Bible teaches us a story in the book of Genesis where there was famine. There was a hunger not. The solution that God has when there is famine in any community. The solution of when it hunger not is savings is sparen a sparen is God's answer to economic crisis is savings that you have a savings account which is not zero there is money inside the solution is anywhere gespart and that should not null that should not be nothing you have something to have that is the solution we are in a critical time in the world economy we are in a critical time in the world economy God's answer to economic crisis is savings the solution Gottes for the economic crisis is that sparen and I'm saying it many of the countries that call themselves wealthy nations don't have savings the United States of America lives on borrowing on debt the United Kingdom they live on debt that is why the economy crisis is biting this young man's father had saved that is why there was something for which he was asking from his father in his turn he did not save that is why verse 14 says after there was farming in that country he had everything he had he had everything he had and he came in not life may be difficult for you financially but if you work and you earn money I want to plead with you this tonight even if you can save 10 euros a month please do if you save 10 euros a month at the end of the year you will have 120 euros he who says nothing will have nothing he who saves 10 euros a month will have 120 10 euros gespart two teenagers two children six years old six year six year when they told their parents they were going to the amusement park their parents gave each one of them five euros they went to the amusement park and the parents gave each one of them five euros when they got to the amusement park one of them told his friend you know this this I don't know how to call it you know this vehicle that you stay in and then the vehicle turns you around the circle long wagen this stahl carousel after the band the after it was five euros the after ban had four five euro cost so the one who made the suggestion said he was going to pay his friend said no I'm not interested he said you don't want to enjoy you don't want to he said yes my dear friend go ahead I'll watch you his friend went and paid and the car started turning around and the car started turning around and then his friend is watching and he had gestart and looked after five minutes the car stopped he came down smiling and he came down smiling and he said can we go home now can we go home now so yes let's go I've enjoyed myself they kept going home after five minutes of walking five minutes of walking the friend asked him er hat gefragt how was your car ride again wie war noch mal wie war dein aktuelle bahn erlebnis he said oh i haven't forgot about this he said oh i forgot about this the friend told him then his friend the friend told him 2,50 Euro per min. Er ist gegangen, er hat für sich Hänchen gekauft. Der Freund hat gesagt, bitte kaufst du mir auch doch was? Er fragte ihn, wo du auf der Bahn gefahren bist. Du hast es allein getan. Ich habe meine 2 Euro gehen in ein Amusementpark, um es zu schützen. Kann ich sagen, Amen? Es gibt etwas, wonach du verzichten solltest. Dieser Augenblick des Spaß. Der junge Mann in der Bibel, er hat alles verschwendet, alles verprallt. Aber dann, als er nichts mehr hatte, hat er nach einem Job gesucht. Aber niemand wollte ihn anstellen. Aber ein Mann sagte, ja komm, kümmere dich um meine Schweinen. Der Bibel sagt, er hatte nichts zum Essen. Ein Mann, dessen Eltern Zina zu Hause hatten, so reich waren sie. Er hat angefangen, Schweines Essen zu essen, zu nehmen. Schweines, ja, Schweines Futter zu nehmen, zu essen. Dann, eines Tages, die Bibel sagt, er kam zurück zu sich. Er kam zu sich zurück. Wir beten, dass jemand zurück zu sich findet heute. Wir beten, dass jemand hier wieder seine Sins findet. Er kam zurück zum Sinn. Er kam zurück zum Sinn. Und er hat sich Fragen gestellt. Mein Vater ist noch im Leben. Mein Vater hat Diener. Und sogar die Sinsen haben genügend, genug zu essen. Dann hat er angefangen zu zählen, wie viele Sinsen sie zu Hause hatten. Er kam zu seinen Sinsen zurück. Was hat ihn dort zurückgeführt? Das Leben, was er gelebt hatte. Er hat sich angefangen zu verhindern, dass er seine Sinsen verholt hat. Er musste erkennen, dass er sein Leben verschwendet hat. Er hatte sein Leben verschwendet. Er hatte seine Ressourcen verschwendet. In der Unabhängigkeit von seinem Vater. Er hat ein wildes Leben geführt. Er wurde dann müde. Er hatte keinen Spaß mehr mit Frauen. Er war müde. Er wurde müde vom Trinken. Er wurde müde vom Trinken. Er wurde lebensmüde. Er wurde müde. Wurde er. And aren't you tired? Are you not tired? Bist du nicht müde? Bist du nicht müde davon? Bist du nicht satt davon? Bist du nicht satt davon? Bist du nicht satt davon? Als er sich die Frage stellte, hat er gesagt, Nein, lass uns lesen. Nein, lass uns lesen. Und wir werden unsere Botschaft abschließen. Vers 18. Vers 18. I will set out and go back to my father. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich werde mich aufmachen und zurückkehren. Und ich werde ihm sagen, Papa, ich habe gegen den Himmel gesündigt. Und ich habe gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr wütig, dein Sohn zu sein. Ich werde zurück nach Hause kehren. Ich gehe nicht zurück nach Hause, um als Sohn wieder angenommen zu werden. Ich gehe nicht mehr, ich gehe nicht zurück, um den Sinnen zu sagen, ich bin der Sohn. Er hat auswendig gelernt, was er seinem Vater sagen würde. Du bist immer noch mein Vater. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe gegen dich gesündigt. In the book of Genesis chapter 6, im ersten Buch Mose Kapitel 6, die Bibel sagt, die Bosheit der Menschen hat das Herz Gottes zum Leiden gebracht. Jede Lüge, das Menschen sagen, ist wie ein Messer im Herzen Gottes. Jede Hypocrisie, jede Tat der Heuchlerei, jede Fornication, jede Tat der sexuellen Sünde, jede Ehrbruch, jede Stehlen, jede Zipstall, jeder Betrug, jeder Hass, jeder Begehren, jeder Ingratitude, jeder Tat der Undankbarkeit, jeder debauchere, wicke Tots, zügelloses Leben, böse Gedanken, jede Gossip, jede Slander, ja, Verleumdung, ist ein Messer im Herzen Gottes. Es ist ein Messer im Herzen Gottes angestochen. So Genesis tells us, that God's heart was filled with pain. Also, das erste Buch Mose erzählt uns, das Herz Gottes war voller Leid. Es hat Gott weh getan. Each one of us in this room, we have caused God pain, 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 pain. Wir bringen Leid, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen zum Herzen Gottes. Jeder Mensch, der hier sitzt, has caused pain into the heart of God. We have caused God pain, pain, pain. Schmerzen, 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 Schmerzen dem Herzen Gottes zugefügt. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen dem Herzen Gottes zugefügt. This young man, caused great pain to his father's body. Hat große Schmerzen zu seinem Vater verursacht. But guess what? Aber rate mal, Verse 19 says, rate mal was der Vers 19 sagt, he was still far off. Auch noch, als er noch in der Ferne war, the father saw him. Hat ihn sein Vater erkannt. While he was still far. Als er noch in der Ferne war, listen, hör zu, Romans chapter 5, verse 8 says, Römer, Kapitel 5, verse 8 sagt, God demonstrated his love in us in that while we were yet sinners, Christ died for us. God beweis seine Liebe für uns, dadurch, dass als wir noch Sünder waren, Christus ist für uns gestorben. While you are running away from God. While you are still sinning against God. While you are still causing pain in the heart of God. While you are still dabei bist, Schmerzen zum Gottesherz zuzufügen, Christ died. Christus ist gestorben. For you. Für dich. For me. Für mich. So that we may receive eternal life. Damit wir ewiges Leben empfangen. How can you reject that kind of love? Wie kannst du solch eine Liebe ablehnen? While he was a long way. As er noch in der Ferne war, Oh, the Bible says that the father saw him from afar. Der Vater hat ihn aus der Ferne erkannt. Dirty clothes. Und seine Klamotten waren schmutzig. Pinned with the food of pigs. He had lost so much weight because of hunger. Also er war nicht wie ich. Er war abgemaggert wegen Hunger. He was dirty. Er war schmutzig. Shabby. Ja, er war befleckt mit... Because when a person is in need, when jemand in Not ist, you begin to sell even the things that you have. Du fängst an, auch was du hast zu verkaufen. He must have sold his clothes. Er hatte wahrscheinlich alles auf eBay keinen Anzeige verkauft, verkauft, verkauft. I don't know how he even got home. Ich weiß nicht mal, wie er nach Hause zurückgefahren ist. Because he went to a far country, so I don't even know how he got home. Er war in einem faires Land gereist. Ich weiß nicht mal, wie er zurück nach Hause gereist ist. Maybe he borrowed money to go back home. Ja, vielleicht hat er Geld geliehen, um nach Hause um ein Zicket zu kaufen. He was smelling. Aber er hat gestunken. But the father saw him. Aber der Vater hat ihn gesehen. For God to love the world. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gegeben hat. Damit wer auch immer an ihn glaubt, will not perish, dass er ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Vers 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt geschickt, um die Welt zu verurteilen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Seht ihr, Jesus Christ verurteilt sich nicht. Aber er möchte, dass du gerettet bist. Als der Vater den Sohn gesehen hatte, als er zurück auf dem Weg nach Hause war, er hat ihn nicht verurteilt. Aber wir wollen dir was sagen. Der verlorene Sohn kam zurück nach Hause. Als er sich zurückfand. Aber nicht alle prodigal Söhne werden die Gelegenheit bekommen, die Rückreise zu machen. Er hatte das Glück, dass er die Rückreise machen durfte. Du könntest diese Gelegenheit nicht bekommen. Es sind nicht alle prodigal Söhne, der zurück nach Hause kam. Es sind nicht alle verlorene Söhne, die den Weg zurückfinden. Du könntest die Gelegenheit nicht bekommen, nicht haben, zurückzukehren. Wenn du seine Stimme hörst, verhärtet nicht dein Herz. Auch wenn du der einzige Sünder oder Sünderin auf der Erde wärst, wäre Jesus trotzdem gekommen, um für dich zu sterben. Der verlorene Sohn sagt, Heading home now, I need my father's mercy. Ich brauche die Barmherzigkeit meines Vaters. For I have sinned and I know I have brought this grace. I'll ask him to forgive me the one worthy. I'll be so glad just to look upon his face. I will say, I have sinned against heaven. I have sinned against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me work one of your hired servants. Aber nimm mich auf. Stell mich ein als einer deiner Angestellten, als einer deiner Sünder. Die Bibel sagt, der Vater hat geantwortet, nimm ihn, geh und bade ihn. Wenn wir uns von unseren Sünden bekehren, bekehren, die Bibel sagt, dass das Blut Jesus Christus wird von Gott gegeben, um uns von alle Ungerechtigkeit, von allen Sünden zu waschen. Also der Vater hat mit Vergebung angefangen. Er wurde gewaschen. Um jemanden zu baden, muss ich die Person ausziehen. Wir kommen zu Gott nackt. danach bekleide ihn mit das beste Gewand. Die Bibel sagt, wir werden bekleidet vom Gewand der Gerechtigkeit. Und dann sagt der Vater, bring Schuhe, Sandalen zu seinen Füßen. das ist Wiederherstellung. Er könnte dann rausgehen, um das Evangelium zu verkünden. Dann sagt der Vater, put a ring on his finger. als Engagement, als Bund, dass ich ihn angenommen habe. Ich habe ihn akzeptiert. Er gehört mir wieder. Er ist zurück nach Hause gekommen. und sie haben angefangen, sich zu freuen. Die Bibel sagt, wenn ein Sünder zu Christus zurückkommt, gibt es Freude im Himmel. Es gibt Freude im Himmel. Wenn du zu Jesus heute kommst, es wird Musik im Himmel geben. Es gibt Musik Instrumenten im Himmel, die wir hier nicht haben. Da ist die Trompeten. Da ist die Trompeten. Da ist die Flöte. Da ist die Harp. Da ist das Tambourin. Oh, da ist ein string Instrument, die Gitarre. Und dann gibt es Seideninstrumenten, wie Gitarre. Dann gibt es die Saita. Und dann gibt es die Zita. Es gibt Musik im Himmel. Es gibt Musik im Himmel. Oh, der Vater sagt, Ja, der Vater sagte, komm, komm, lass uns feiern. Denn dieser Sohn, der war gestorben, er kam wieder zum Leben. Der war verloren, er ist wieder gefunden worden. Wir wollen Sie fragen, möchtest du zurück nach Hause kehren? Erhebe den washern. Auch wenn du die Antige Person bist. Boom, komm, komm. Oh, der Vater will open His arms. Der Vater erhebt, er öffnet seine Arme, komm zurück nach Hause. Komm zurück nach Hause. Da da may be feasting in heaven. Da da may be feasting in heaven. Es wird eine Freude im Himmel geben. Gibt es noch eine Person? Steh auf und komm. Wenn du seine Stimme hörst, komm zurück nach Hause. Wenn du seine Stimme hörst, komm zurück nach Hause. Bitte komm. Die Arme des Vaters sind weit offen. Die Arme des Vaters sind weit offen. Die Arme des Vaters sind offen. Wenn du seine Stimme hörst, verhärte nicht dein Herz. Stand und komm. Steh auf und komm. Send no to the devil. Send no to Satan. Send no to Satan. Send no to Satan. Nein zu Satan. Satan says don't respond. Satan says don't go. Satan says don't go. Oh, wenn die Arme des Vaters sind weit offen. Oh, die Arme des Vaters sind weit offen. Ja, komm. Du wolltest da kommst. Steh auf und kommst. Steh auf und kommst. Steh auf und kommst. Komm, komm, komm. Steh auf und kommst. Komm. 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 Bitte komm, damit du gewaschen wirst, reingewaschen wirst, wiederhergestellt wirst. Bitte komm, bitte komm, Halleluja, bitte komm, wer noch, bitte komm, wer noch, bitte steh auf und komm. Komm, Halleluja, willkommen, steh auf und komm, der Herr segne dich, der Herr segne dich. Gibt es noch jemanden? Die Stimme Satan sagt, nein, geht nicht. Die Stimme Satan sagt, antworten nicht. Aber du musst nein, nein zu Satan sagen, nein zu Satan, nein zu Satan, nein zu Satan. Oh, ich möchte Gott meine Antwort geben. Steh auf und komm, steh auf und komm. Oh, let heaven rejoice über dich. Let heaven rejoice über dich. The most critical decision you make in your life. The most critical decision. Steh auf und komm. Steh auf und komm. Ja, komm, komm, komm. Steh auf und komm. Tell Jesus, du hast gewonnen. Say to Jesus, du hast gewonnen. Say Jesus, du hast gewonnen. Say Jesus, du hast gewonnen. Don't resist. Stand und komm, wir are waiting for you. Steh auf und komm. Wir warten auf dich. Look, we are very patient people. Alleluia. Wir sind sehr geduldige Leute. We are very patient. Wir sind sehr geduldige Leute. Alleluia. Please, can two people stand and pray that God will break every resistance and break every resistance and break every resistance and break every resistance so that Jesus will triumph that triumph of the cross, that triumph of the Lord Jesus, that two people pray that God's resistance will be broken and that God will win. und dass Gott die Oberhand hat. If there's one thing we must do, even if it's the only thing that we must do, is to beg every human being on the planet Earth to come to Jesus. Es ist, dass jeder Mensch auf der Erde zu Jesus kommt. If we can beg you, wir können, wir würden dich flehen. We are begging. Wir flehen an. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Oh, to come to Jesus. To come to Jesus. Jesus, komm, dass du zu Jesus kommst. We are begging. Wir flehen, wir flehen dich an. Because the day will come. Weil der Tag kommt, you may not have the opportunity again. Wo du keine Gelegenheit mehr bekommen wirst. Encourage a person next to you to surrender to Jesus. Encourage a person next to you. Encourage a person next to you. Beg them, beg them, beg them. Beg them, beat them. A flag in undurch。 Eternal life, eternal life, eternal life, eternal life. To Jesus, komm, dass du Jesus kommst. Is there someone else who wants to come to Jesus? Bist du eine Person, hier ist es zu Jesus kommst. Stand up, mein Vater. Bitte komm. Komm und respond zu die Liebe von Gott. Komm und respond zu die Liebe Gottes. Zu der Liebe Gottes. Gibt es noch eine Person? Während der Chor singt. Steh auf und komm. Jemand knackt an der Tür deines Herzens. Bitte komm. Und sag nein zum Teufel. Sag nein zu Satan. Sag nein zu Satan. Steh auf und komm. Steh auf und komm. Oh, there's someone else. Someone is knocking at your door. Someone is knocking.